Herzlich Willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es ein paar Infos zu meinen Fantreffen in Baderborn und Hannover. In Baderborn bin ich am 7. Dezember von 13 bis 15 Uhr. Wir können uns dann am Hauptbahnhof treffen und dann zusammen auf den Weihnachtsmarkt gehen. Und in Hannover bin ich am nächsten Tag, den 8. Dezember von 11 bis 15 Uhr. Da können wir uns ja auch auf dem Hauptbahnhof treffen. Und da können wir auch zusammen auf den Weihnachtsmarkt gehen. Wenn ihr da ein paar Fragen habt, dann einfach unten in die Kommentare schreiben. Und es gibt noch ein extra Infovideos nochmal. Ein paar Tage vorher. Und ich melde mich dann in kurzem wieder bei den nächsten Videos. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020